Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema R-Variabeln. R wird gestartet mittels Groß-R-Enter. Wie bei anderen Programmiersprachen gibt es auch in R-Variabeln Behälter für Werte, die sich auch ändern können. Variabeln werden wie folgt erstellt. Links steht der Name der Variable, zum Beispiel Z. Dann kommt ein Ist-Gleich-Zeichen oder ein kleiner als Minus-Zeichen und rechts kommt der zugewiesene Wert. So zum Beispiel Z ist gleich 5 oder jetzt mal die andere Variante X kleiner als Zeichen Minus 1. Der Typ, ob Integer, Zeichenkette, Nummer, Zahl oder was auch immer, wird nicht definiert. Auf folgendes muss man achten. Der Variabeln-Name darf keinesfalls mit einer Zahl anfangen. Sonst passiert das, zum Beispiel 2. Y ist gleich 2. Und man muss auf Groß- und Kleinschreibung achten. x-Klein ist nicht gleich x-Groß. x-Klein, das ist der Wert. Und x-Groß, da passiert das Objekt x nicht gefunden. Den Wert spuckt R durch die Eingabe des Variabeln-Namens aus. So eben wie gerade x oder auch z. Alle vorhandenen Variabeln werden aufgelistet mittels LS, Klammer auf, Klammer zu. Hier gibt es die Variabeln x und z. Da nehme ich noch eine dazu. So zum Beispiel hier U ist gleich 15. Jetzt gibt es drei Variabeln oder eben per ls.str, Klammer auf, Klammer zu. Dann werden zusätzlich Datentyp und Wert mit ausgegeben. Durch Rm, Klammer auf, dann Namen der Variable, zum Beispiel U, Klammer zu, kann man eine Variable wieder löschen. Oder das Ganze geht auch mit remove, Klammer auf, Namen der Variable, Klammer zu. Mittels Rm, Klammer auf, List ist gleich ls, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu, ist es machbar, alle Variabeln auf einmal zu löschen. Das war User Power von OpenScreencast. Ciao und viel Glück. Vielen Dank.